ja da muss man die vm dann ja 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 ich weiß schon du musst in prismania city oh gott aber ja stimmt das könnte sogar genug das sind echt viele ich glaube das geht und wenn nicht dann habe ich ein problem so erst mal toyota ok ah die geeignisse sehr schön okay da war gerade eine box ja genau die flugbox so drei und vier und dann kommt noch das andere und da komme ich nicht durch steht ok aber noch eine runde dann ja egal ich versuche es dann erst mal hier zu landen und jetzt weiter und zwar in dem ich wie fühlt es an der einzige kommentator zu sein du hast heute sonderstatus also ich verstehe gerade gesagt weil wir wieder abkürzungen machen heute noch ja komm schon komm schon an hier schaffe ich nicht okay dann noch mal ich würde mir noch eine neue box holen wenn es geht wie gut dass ich das gerade gedacht habe das hättest du während des flugs denken müssen ja das ist gar nicht gesagt also es hat ein privat für eine person ist ja was gegen bezahlung so ein stream für nur eine person nein ich mache sowas auch kostenlos weil es mir spaß machen weil ich das kann doch ein bisschen doof die münzen so zu kriegen da muss man durch echt mehrmals zu machen ja ja aber auch besser als wenn ich rutschen müsste dafür online online das ist ein witz ausgerechnet das teile mal die runde andersrum zu drehen ja vielleicht die leute habe ich darauf eingestellt weil es immer gegen 17 uhr war vielleicht kommt die hauptphase noch ja so und wo ist der rest wo ist das letzte teil egal ich hole mir doch lieber noch mal eine neue kappe kappe scheiße das ist mir so rausgerutscht tut mir leid ach wir hatten hier schon schönere wörter final fantasy ich meine das wort mit drei buchstaben drei buchstaben ja ja genau echt jetzt und nicht das s wort das andere s wort ja das ja niemand möchte drüber reden niemand sagt es spam hier nicht so rum drei buchstaben ich bin vier spam ist doch nur mit drei spam hat ja vier buchstaben sp und m sp m sp m ganz genau sp und m spam kommt schon jetzt muss ich ja auch mal weiter aber hier ist auch nichts aber trotzdem die münzen reichen auf jeden fall aus ja die münzen reichen kommt schon kommt schon und ja ok jetzt muss ich nur aufpassen die beleidigung mit drei buchstaben ja im prinzip nur ff gewesen sein fändige 1 ganz genau nein das war glaube ich im stream direkt vor deinem wo wir einen spezialisten dabe hatten ja naja im grunde waren es ja dann zwei spezialisten durch den der das dann noch gesagt hat sie sie nein ich frauen feindlich und ich habe 100 münzen und jetzt muss ich nur noch diesen knack sternen genau sms super mario sunshine super mario sunshine habe ich ausprobiert in virtual reality ist keine gute idee hat nicht so ganz funktioniert richtig mit kinect steuerung ich glaube dass das problem war einfach so wie es im emulator eingestellt war habe ich den dreck nicht weg machen können und mein wasser sah auch irgendwie nicht aus wie wasser sondern eher wie dreck das war brackwasser so aber jetzt hier gleich den nächsten stern daher ich bin ja begeistert und diesmal nicht drauf gefallen aber schön dann weiß ich ja jetzt was es mit den fünf geheimnissen auf sich hat gott sei dank war ja doch nicht so schlimm was ich ein leben gesammelt habe jetzt wie gesagt ein vorrat für später ja für gleich eine atemberaubende aussicht und da oben ist schon irgendwo der stern aber wir sind ja nicht so ich spiel wieder ja genau ich bin wieder augenringe weil du dich zum strafen kommt ja und nein ich weiß was ich tun muss am ende gibt es wahrscheinlich eulenbraten wenn dann die partie aber das dauert auch nicht so lange cool so jetzt muss ich nur noch da irgendwie rein ach so moment da gibt es einen weg ich sehe ihn nur nicht richtig und ich möchte nicht daneben springen geht doch und es ist drin naja der ständler wasser fertig welt abgeschlossen ich bin begeistert wir haben wohl wieder mehr zuschauer gekriegt die sich mehr beteiligen könnten los alle mann schreibt mal hi oder so genau beteiligt euch an der video an gmbh so moment die welt ist durch das heißt vorher war auch nichts was die waren alle ok ja regenbogen ratzerei geheime sterne gibt es bestimmt auch noch gut also hier verteilt jetzt gegenseitig so kleine kärtchen wo drauf steht wer war wer ihr seid was ihr macht und dann müsst ihr das gegenseitig vom anderen jeweils vortragen okay das ist glaube ich das schwerere von allen das was ich mit kinect eigentlich erstaunlich gut hinbekommen ich versuche mal da hoch zu kommen es klappt nicht so ganz aber hier brauche ich keine 100 münzen ich kann aus dem stand so hoch also ich kann ich kann das aus dem stand raus das hätte ich nicht gedacht ihr braucht 200 entlassen ich damit in ruhe sagt mir sowas nicht so da war ein vario ding und da ist ein vario mützen ding aber ich will erst mal an jedem begriffen mit dem ding dranhängen ja also ach ja und jetzt hole ich mir mit dem ding das ding und danach springe ich in das ding und dinge so ein bisschen rum ja das wort dings da ist sowieso das wichtigste der deutschen sprache dingsbums dingsbums ja naja dingsbums ist aber fast so wichtig wie bums dings dingsbums dingsbums dingsbum ist wichtig layouts dingsbums gibt es nicht einmal eine singung mit da ja genau History yeah so wo muss ich jetzt eigentlich noch unbedingt hin ja das ist aufcimento Dingsbums bums bums dingsbums ja bis das durch hat ja also durchladen ja jetzt bin ich in der wolke das ist so gemein von euch jetzt schon fast sein du brauchst du dann bist du auf die wiederholung vom nächsten tag auflaufen jetzt kann ich nicht mehr mit gibt es so diesen spruch bei live sendungen wenn die am nächsten tag wiederholt werden die länger dauern ja es dauert noch so lange bis wir auf die wiederholung vom nächsten tag auflaufen kommt schon da komme ich nicht hoch schade die arme wolke ja mario ja wo muss ich jetzt eigentlich noch wo es noch eine rote münze irgendwo zu finden wenn ich fragen darf welche also ich brauche auf jeden fall noch was ich muss zusehen dass ich da irgendwie auch noch mal hinkommen nein ich versuche es darüber mit war ohne muss ich ja auch noch sicherlich ja ja aber da muss ich ja von da aus wieder zurück wie soll denn das gehen nie kann das genau da oben drauf wollte ich sagen da oben drauf so hier oder höher schwierig keine schwerheit oh ja das ist knapp heute hast du wirklich punkt landungen ja und was ist hier jetzt mit war ist es auch nicht so schwer sachen zu treffen ja das nehme ich dann erst mal ja dann muss ich mir die münzen halt noch mal holen sonst geholt passiert ne wohl ich seid noch mal umsonst ganze arbeit für die katz da hat sich jemand vorgestellt beziehungsweise hat begrüßt ja mit high girls ich wusste ich klinge külpt mührer mann war mir vom anfang an klar ne du bist gronk gronk ist auch weiblich ach da hinten ist eine münze gut dass sie was ich die jetzt gesehen habe noch 14 sterne ja das mag stimmen ja das ist richtig ja das ist richtig wer ist denn eigentlich gronk wer ist denn eigentlich dieser ich kenne nur gronkina schön dass wir jetzt alle running gigs voll unseren individuellen stream zusammenfassen können weil wir alle gleichzeitig werden juhu und von anderen spielen und sachen so wo ist denn jetzt ach da oben gut dann schießen wir uns auch gleich mal dahin und daneben natürlich aber ok das passt ok drei von den roten münzen sind schon mal oh gott oh gott oh gott oh gott da ist nix da ist nix da ist was na ich muss versuchen hier nicht aus dem bereich raus zu fliegen sonst sonst bin ich auf einmal nicht mehr in der welt drin ich glaube das wird günther und olav ist so ziemlich der einzige witz aus neueren special episoden den die meisten kennen ja alles andere so aus neueren episoden ist glaube ich nicht mehr so fahr also ich kenne Olaf kenne ich gehört der günther jetzt auch zu den lost vikings oder ja das äh ja die heißen alle Olaf und der letzte soll dann angeblich auch Olaf heißen der sagt aber dass er günther heißt ja genau also sie sind dann wohl ja das ist richtig günther also ich kann dazu sagen ich kenne mich da ein bisschen aus also es gibt ein paar gute episoden aber da kommt halt kein gag mehr so an die alten an das muss man schon fragen ja das mag ich sogar glauben also das ist irgendwann wird es dann aber auch alter da bringen die egal wie gut die gagstern sind die bringen dann nicht mehr so viel möchte ich meinen das ist bei serien dann auch in die richtung äh wo muss ich denn jetzt eigentlich noch hin also die hat ja schon fast 200 folgen kann ich das sagen von daher Ghost oh weah ich muss aufpassen ich versuchs mal es ist gerade so Jonathan Frakes und Hans haben wir jetzt auch schon Hans, ja Wer ist denn Hans? ja Peter Peter Ja, aber wo sind denn jetzt eigentlich noch? Ich brauche noch zwei rote Münzen, wo finde ich die denn? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, warst du schon bei dieser einen Wolke, wo diese grünen Stäbe rauskommen, auf der drauf? Oben drauf? Ja, da oben drauf sind Norwäsche. Ah, ich versuch's mal. Darauf zu kommen und, 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 komm! Ah, zwei sogar! Ha, das sind die, die ich suche! Okay. Okay. Okay, jetzt muss ich nur noch auf die mittlere unten und dann haben wir's auch. Jetzt du warst gut, juhu. Sehr schön. Danke. Jetzt gehen wir hier jeden Abend durch. Luke Triton, Gerd, Frank.